Wir sind für uns Diener, Jakob, Trish und Johannes! Wir sind für uns Diener, Jakob, Trish und Johannes! Das kann uns keiner nehmen, lasst uns die Gläser heben, das kann uns keiner nehmen, die Stadt wird hell und wir trinken aufs Leben. Es ist 5 Uhr morgens und wir trinken aufs Leben. Revolverheld, ihr wart spitze! Direkt nach dem Konzert mit Revolverheld im Backstage-Bereich, Chris und Johannes stehen bei mir. Es hält sich ja nach wie vor für mich unerklärlicherweise in Deutschland das Gerücht, wir Franken wären ein bisschen grandig und missmutig. Ja, das hast du auch schon gehört, oder? Ich weiß auch nicht warum, aber es ist nie so eigentlich, aber warum ist das so? Ich mein, du musst es doch wissen. Du bist doch Franke. Ich weiß auch nicht, also wir haben guten Wein, wir haben leckeres Bier, wir können feiern, das könnt ihr doch bestätigen. Das stimmt, es gibt doch eigentlich gar keinen Grund schlechte Laune zu haben. Hör doch mal auf damit! Wir hüpfen alle ein bisschen. Nein, ich glaube das Konzert hat richtig Laune gemacht, 10.000 Menschen waren auf dem Platz und die haben gefeiert, oder Chris? Das war Wahnsinn, auf jeden Fall. Ich mein, wir haben einiges erwartet, natürlich, nach den ganzen Aktionen, die stattgefunden haben. Und es hat sich alles bewahrheitet, also das war Wahnsinn. Ich mein, 10.000 Leute, nicht mal die Einwohner hier sind 10.000. Also es war echt der helle Wahnsinn, hat total Spaß gemacht. Seid ihr Weintrinker? Ja, wir sind in der Tat Weintrinker. Also wir sind Genussweintrinker, so. Und deswegen, wir trinken auch viel und regelmäßig Wein. Also natürlich für den Geschmack. Und auf der Bühne trinken wir eigentlich immer gerne Weißwein. Und da waren wir heute, glaube ich, in der richtigen Region. Weil wir haben in der Tat sogar einen Wein aus Volkach getrunken. Und der war sehr lecker. Also der trockene, der trockene war gut. Silvana, ne? Silvana, genau. Einen leckeren Silvana hatten wir und hat sehr lecker geschmeckt. Und davon nehmen wir auch ein Kistchen mit nach Hamburg. Also, dann gehe ich jetzt mit den Jungs in den Tourbus. Wir schauen noch eine Folge Pippi Langstrumpf. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß weiterhin. Hoffentlich ein mindestens genauso gutes Konzert in der Würzburger Posthalle. Und dann denkt ihr an uns, wenn ihr euren Silvana genießt. Das machen wir. Bis denn. Tschüss. Tschüss.